hallo und willkommen zurück zu cyberpunk 2077 wir müssen casino chips kaufen ganz schön viele für 80.000 ein glück habe ich das nötige kleingeld dann sprechen wir die mal an ok 100 stück für 1000 dollar das stück das macht 100.000 dollar habe ich jetzt gekauft was soll das denn heißen ich dachte ich darf hier ein bisschen spielen na gut dann setzen wir ganz vorsichtig rot oder schwarz rot oder schwarz all in hey darf ich nicht mal auswählen muss ich darf ich euch nicht kennen inkosante norm Ich nehme wahrscheinlich einen Whisky. Dankeschön, habe ich gewonnen. Fuck, jedes Mal beim Roulette verliere ich so mein Geld. Äh, rot, jetzt habe ich aber, jetzt habe ich aber Glück. Was ist denn das für eine Aussage? Muss ich die scannen? Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Keine Ahnung. Mach mir aber Sorgen um euch, ich muss euch ja ausschalten. Oh, die macht sich aber ordentlich an mich ran. Kann ich die jetzt scannen? Fuck, ich habe aus Schwarz gesetzt. Ach, ich kann alles handeln. Hab die schon gescannt? Hallo. Hallo. So. So. Ich habe wieder aus Schwarz gesetzt gehabt. Ich habe so ein Pech bei dem Spiel. Auch im echten Leben, wenn ich mal Roulette gespielt habe, es geht immer nach hinten los. Macht das Gegenteil von dem, was ich mache. Keine Ahnung. Hm. Tread carefully with that duo, V. Hanson's a suit without a suit, if you catch my drift. Oh, my fucking god, you Americans. You used to have more imagination. Tossing you around, V. Don't let her. Level the field. Maybe you could lay out your opinion of the man. Profiter de la vie, to enjoy life. That is the point. You can wage walls to make money, but why do so at all, if you must then hide it? Emmerich knows this. I know this. And if Hanson has any sense, he knows it too. 28. Ethan. Black. Black. Ja. Ne, ich hab auf rot gesetzt. Fuck. Oh, man. Mach das Gegenteil von mir. Nochmal rot. Nochmal rot. Immer auf rot. Warum denn nicht? Charming little show you're putting on. You see, Emmerich? We are charming. Hmm. I mean, Hanson could take dog down by the throat, eject the junkies, and make it a paradise for billionaires. Just getting rich is dull. You should work for the community. Invest, create jobs, throw banquettes. Oh, ich glaub dir. Ja, ich hab was gewonnen. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt all in. Nochmal rot. Glücksfarbe. Mensch, it's beautiful. What? Hanson going missionary position in business. Nonsense. Reed's still not responding. But you keep working it. Let's go. Swap twins. Man basically owns Dogtown. Could use that as leverage. And who would Hanson be? The mayor? Please. He is very good at what he does. A professional criminal. Soldier yesterday, crime lord today. Why not Biz Shark tomorrow? Yeti is a businessman. And to make it legal? It is a lot of work to do for a simple change of label. Good. Little worms opening up. Fourteen. Even. 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 The worst. The second fit. Place your bets, please. Okay. Diesmal, diesmal schwarz. Ehm. Ah, ne. Nochmal rot. Willst du expanden? The floor is yours. Allow me to save, V. Arms or property. It would make no difference to me what I said. Naja, das sollte aber nur einen Unterschied machen. To change how people see you. Call you. To be up standing in the eyes of others. I could not give a shit. B. B. Das ist jetzt schwarz. Mist. Da war aber nicht die Dialogoption, die ich nehmen konnte. Oh, mein Stapel wird kleiner. Ja, ja. Chill mal, Alex. All or nothing. How about we go all in. But everything we want tonight. And we play different colors, yes? You win or we do. And either you or we lose all. My thoughts exactly. A moment. You join the table. Buy drinks. Talk and talk. Now you wish to risk everything? I find this disquieting. I find this disquieting. I find this disquieting. What if you could now tell us about yourself? Tread lightly. Looking at an FIA operative. Is that a problem? Ah, another game. Let's assume you have not lied. Are you here for Anson or for us? Oh, who cares? Let's play. Ah, eben. Let's play. Ich mach ja grad eins. Ähhhhhhh. Was nehmen wir? Rot oder schwarz? Rot oder schwarz? Immer das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich würd rot nehmen, also nehme ich schwarz. Und jetzt kommt rot. We are red. As our hair. A luscious color. Mhm. Das gefällt mir auch. Komm schon. Komm schon. Schwarz. Ich wette, es ist rot. Allee, 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 allee. Nee, allee, zu schwarz. Bitte. Oh, da ist Hansen. Ja! Nein! Fuck, ich bin ja schwarz. Schau ihr Zwillinge, ich hab all mein Geld verdornt. Fuck. Und ich hab noch gejubelt. Ich weiß, dein Freund Reed ist FIA. My natural assumption is. You are an agent too. Hebwegs. I'm also guessing, you two took it upon yourself to save the president. The next feel her out of Dogtown. Hm, smart der Mann. Ja, versuch's. 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 We can put all that behind us now. Können wir? Wollen wir boxen? Hmm. Always willing to help. Don't you worry. Got your back, Colonel. I will let you and Reed walk free of this place. In one piece. On your own two feet. Consider it a gesture of my goodwill. Your little bird came to me on her own, though. She was tired of breaking international laws on the president's whim. She simply had to run away. So, so. Breaching the black wall. Jeopardizing the net. All humankind safety in fact for personal gain. I wonder what Netwatch would say. Die wären ziemlich angepisst. The president Myers. Also tell her. Her toy of mass destruction. Is my friend now. And she should get the fuck out of my backyard. Or the world will learn about her games. Kann ich dich jetzt hauen? Hast du genug geredet? Ich hätte gerne mein Geld zurück. Na, wir trinken noch was. Thanks. Kann ich hier eigentlich noch was machen? Also Geld habe ich ja keins mehr. Schade. Ein Spiel noch, dann hätte ich alles zurückgewonnen. Vielleicht besser, dass ich nicht spiele im echten Leben. Das kann nicht gut gehen. Und was machst du? Also. Ich kann keine Chips mehr kaufen. Komm, lass mich diesen Hansen oder Hansen doch einfach ein bisschen erschießen. Wer ist denn das? Johnny Silverhand. Das hoffe ich doch. Na gut. Habe ich bisschen Konversation gemacht. Bin stolz auf mich. Ja natürlich. Boat Drink. Hallo. So lange es kostenlos ist. Ja, auf jeden Fall. Her damit. Uh, aus ner blauen Flasche. Und was für ne Animation das ist. Her damit. Hier bist du. Komm zurück, wenn du irgendwas brauchst. Dankeschön. Naja. Können wir wenigstens Hansen ein bisschen Geld kosten. Ja, aber nur noch ein kleines. Nur zum, äh, nur als Absacker. Dankeschön. Ich bin. Na, dafür gehe ich in die falsche Richtung. Ah, ich kann gerade nicht rennen. Na gut. Uh, wer ist denn das? Das ist doch nicht Slasher. Ne. Charles Graham. Interessant. Der sah aber auch so üppig aus. Also nicht ganz so wie Adam Smasher, aber trotzdem. Auf, in die Lobby! Ich könnte sie auch einfach erschießen. Da müsste man ein anderes Spiel spielen. Das habe ich von Beginn an gesagt. Mensch, diese Aufzüge in dem Spiel. Ich kann meine Waffe ziehen würde ich auch tun. Okay, dann gehen wir. Ja, ja, ja. Na gut, hören wir mal auf Reed. Ich glaube, der hat mehr Know-how als ich. Ich würde eh alle erschießen. Oder ist das, was ich machen soll? Das sind doch nur ein paar. Die kriege ich down. Nie darf introvertiert mal introvertiert sein. Ich will doch nur Menschen kennenlernen hier. Ich habe viel getrunken also, ja. Ja, ist ja gut. Kann ja nicht schneller laufen. Schön habt ihr es hier. Gefällt mir. Ich würde einziehen. Wird Reed nicht einfach hier... Oh, die Munition nehme ich aber. Die Munition nehme ich aber noch mit. Hätte Reed nicht so einen Stock im Arsch, würde ich jetzt gegen alle kämpfen. Nein, das ist kein Stopping. Let's go. F-fuck auf. F-fuck auf. F-fuck auf. Na gut, Reed. Ich vertraue dir, was hier das angeht. Sollte man nicht ein bisschen weiter weg gehen? Zumindest aus der Hörweite. Na gut. Perfekter. Äh, ich habe alles verloren. Und dann, du, äh, entschuldigst dich. Steppt weg. Disappeiert? Hanson kam. Wir sprachen. Threats wurden gemacht, eigentlich. Sie sagten, wenn Meyers nicht aufstehen, der Welt wird lernen über Songbird Pierce in der Blackwall. Er weiß klar, was Somi bedeutet für den Präsidenten. Personal WMD, meinst du? Ja. Hanson weiß alles. Ist der jetzt da geparkt? Geh mal weg hier. Wieso hat es sich so angehört, als ob du immer noch über Mikrofon redest? Oh, Judy. Ja, auf jeden Fall. Bis gleich, Judy. Da haben wir hier noch was zu tun. Irgendwas hier zum Looten. Sieht nicht so aus. Dann auf zur nächsten Schnellreisestation. Davor wählen wir vielleicht noch die Quest aus. Alte Cardo Camp. Meet Hanako at Embers. Ne, die macht man immer noch nicht. I fought alone. Wieso muss ich den denn anrufen? Und wo ist die Quest mit Judy? Ist das da? Ne, das ist Pan Am. So weit unten. Psychokiller. Beat on the bread. Beat on the bread. Arroyo. Fool on the hill. Qualifying Racers. Read the message from the unknown sender. Das kann man zumindest mal machen. Let's meet no tail motel room 210. Was willst du antworten mir und bekommen keine Antwort. Interessant. Vielleicht will mich wieder jemand verführen. So. Kann ja passieren. Oder man kann ja noch träumen. Tomorrow never knows ist was mit Misty. The Beast in me. Find Aaron. Es kann doch nicht sein, dass hier die Sache mit Judy nicht auftaucht. Finde ich blöd. Violence. Meet with a mysterious client at no tail motel. Ja, das haben wir gerade gesehen. Da ist sie. Piscas. Go to the mega building. Age 8 in the afternoon. Und das ist wo. Uh. Ganz da oben. Dann filtern wir mal nach Service Points. Ein Service Point in der Jigjig. Jigjig Street ist in der Nähe. Und hier nehmen wir einfach die. So. Motorrad. Komm hier. Da lauf ich doch nicht hin. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Ja. Nicht so weit. Oben die Kurve. Oben die Kurve. Sein braves Motorrad. Du musst das glaube noch bisschen zähmen. Entschuldigung. 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 Wunderbar. Wir sind gleich da. Uh. Da ist noch ein Airdrop. Den braucht man jetzt nicht einsammeln. Gib nur wieder Streit. So. Jetzt Select Destination. Und was habe ich gesagt. Hier oben ist gleich ein. Ah. Direkt auf dem Marker ist auch einer. Das ist ja wunderbar. Und das werde ich hier wieder skippen müssen. Na. Vielleicht auch nicht. Doch. Jetzt ist schon zu lang. Wir sind angekommen. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir da hoch gehen. Und ein bisschen warten. Vielleicht ist hier die schöne Wending Maschine noch. Wie. 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 Wie blau. Wie. Cauch.. Ich habe Crypto. Auf. Ich glaube auch. Donald Lunde auch SchrittOURs geht unter den ganzen livesure dikorde und drei duck beginnings. olds 차�ibald werden. Wiereibst du die喧leinigung. Bis zum nächsten Mal. Wie. Heute warst du von mitinני gingen? Deine meaner Theo conspiracy. Sie ist mein bestes Freund. Ja, sie ist so nett. Und schön. Und sensibel. Ich liebe sie zu sprechen. Definitiv viel mehr Spaß als die Caramel-Lattes zu pumpen. Ja. Das Gefühl, dass Menschen auf wie sie sich fühlen und fühlen ist immer so wenigstens von dir. Hogwash! Wenn ich nicht analysieren kann, wie würde ich wissen, ob ich einen Daring-Dairy empfehlen würde, anstatt eine Tianscha. Du sagst, dass du einige Menschen mehr als andere liebst. Vorher dachte du über eine Lade. Du bist sentient. Du musst es sein. Oh, stopp! Du machst mich blöd. Was bedeutet, dass ich überhebe, und meine Cirküter fliehen. Nicht Spaß. Das ist was ich dachte. Take care, Brendan. Ciao, Brendan. Beste Wending-Maschine ever. So, jetzt lehnen wir hier einfach für 15 Stunden straight, würde ich mal sagen. Und dann nehmen wir den Mega-Tower. Hopps. Das Warten funktioniert hier wenigstens. Ich habe eine SMS bekommen. Hey, Zuri hat mir gesagt, du bist nicht gesund. Du bist nicht gesund. Du bist nicht gesund. Du klingt nachher. Du bist nicht gesund. Wie eine wirkliche ominöse Scheisse. Ich weiß nicht. Wie wir zusammen kämpfen, wir auf jeden Fall beraten. Wir auf jeden Fall zu tun. Punkt. 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 Ähh. Wir sagen mal die Wahrheit. Leben ohne Timer. Zeit läuft runter wegen dem Relikt. Blablabla. Und sie antwortet nochmal. Now the first thing. Life in the Metroplex slums taught me. No such thing as complete control. Ähh. Hat hier noch was geschrieben. Especially when external factors make it messier. For example, having to rely on peeps who can't be relied on. My folks gave up on reality. Jacked into BDs. Getting scops, slurry and rugs pumped into their bodies from their feeder unit 24-7. My best chum from childhood got into the XBD. Drag me into it when, um. Yeah. Then left me there. Yeah. With stories like your were less common. Were less common. Also weniger häufig. Oh. Will ich nicht alles lesen. I grew up trying to find my dreamland. Become a star. What I found instead was a BD studio that wasn't scrouting for new talent, but prospective FIA agents. So I bet my future on the agency and a man who I came to call friend. All just to wind up in another godforsaken slum. So when anyone tells me not to worry, that's, uh, that they, that they everything's. Yeah. Das ist ein Fehler. That day everything's under control. I call bullshit. Da, uh, da sollte eigentlich stehen, that they have everything at, or that everything's under control. Das day is so viel. Okay. Das haben wir jetzt erfolgreich analysiert. Was antworten? Yeah. I hear you, but not about to let you down. God my word. Now don't buy that logic. Shit happens cause of your own choices. Not those of others. Ne, das, das sagt man nicht. Äh, sagt man einfach fair. Suppose all I can say is I've had a decent grip on this condition so far. Bitte schreib einfach ein K zurück oder so. Na, schreib gar nichts zurück. Wunderbar. So. Jetzt aber Zeit für Krieg. Kleinkrieg. Gegen Bösewichte natürlich. Hallo. Auf jeden Fall. 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 Johnny, du wirkst nicht begeistert, aber ich tue das für Judy. Freundschaft ist wichtig. Wo müssen wir denn hin? Achso, ich muss ja folgen. Du brauchst mich gar nicht so anstanden hier, Judy. Ich habe meine besten Waffen mitgebracht. Willkommen zu der Weltreport auf N54 News. Muss ich jetzt drücken? Nö. Ride the elevator to the maintenance level. Ah, jetzt steht es auf einmal dran. Na, alle vorbereitet für die Mission. Äh, ich habe hier kein Problem. Ich bin gerüstet. Wieso rufst du mich an? Du bist vor mir. Ja. Ja. Wie sagt ihr allen den Totenkopf? Hey. Ich trefft nix. Lass das mal. Uh, hab euch ausgeschalten. Und hier mit den Tier 5 Komponents. Und hier können wir noch einmal uns einklinken. Und was liegt denn hier schönes? Hier drei Komponents und irgendwie sonstiger Papierkram. So, check in. Äh, was macht mal? A1C, E9, dann 1C, 7A, 7A. Wunderschön. Hat alles gepasst. Freut mich, wenn so ein Plan funktioniert. Hey, ja. Ja. Okay. On my way. Elevators on the other side. Be safe. Du auch. Bild gleich. Ruf. Wunderbar. Ich bin auch bereit. Uh, was ist da denn passiert? Burrito Werbung ist passiert. It's Burrito XXL Big. Ah, okay. Und sicher, dass ich springen muss. Also. Erstmal hier durch. Ein Glücksimmer stark. Zwar nicht Tony stark, aber immer noch stark. Gleich, äh, Ned Stark. Was ist hier? Das ist auch ein Balcony. Na gut. Anscheinend nicht der, auf den ich hüpfen soll. Gut. Wer man Ned Stark wird man ja sterben. Das machen wir ja auch eigentlich gerade. Uh, da ist eine riesige Waffe. Also ein Hologramm. Ausgeschalten. Nein, ich dachte ich hätte noch ein Fadenkreuz. Anscheinend nicht. Okay. Das sind Lampen und keine Kameras. Gut zu wissen. Pick up. Und dann. Kann ich die droppen. Das hat nicht gut geklappt. Ich wollte ihn doch da eigentlich runteräumeln. Tschüss. Das wird niemandem mehr auffallen. Das war ganz klar Selbstmord. Muss ich da rein? Oh, mh. Klingt doch gut würde ich sagen. Glettern wir mal rein. Das war nicht der Missionspunkt drauf. Aber. Oh. Da steht ja direkt einer. Okay. Das ist gut gegangen. Nein. Nicht Zeit für ein Blutbad. Oh. Okay. Ich glaube jetzt reicht es mit dem Schleichen. Ja gut. Das ist eine ganz gute Waffe die ich hier habe. Fehlt mir. Äh. Gibt es hier noch irgendwie was? Uh. Eine Schad. Einmal hier ein lokales Netzwerk. In der Tat. Soundsystem. Na gut. Das bringt uns nichts. Da ist ja noch eine Schad. Tür kann ich nicht öffnen. Damit kann ich hier auch nichts machen. Take control. Ah. Okay. Nur über die Webcam dann. Authorization not found. Das ist aber nicht gut. Könntet ihr auch mal ein bisschen bessere Waffen hinlegen? Vielleicht antwortet da ja jemand. Oh. Hat uns weggedrückt. Schade. 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 Gut. Dann gehts hoch. Oh. Jesus fuck. Floor ist klar. Ich habe ihn. Ich habe ihn alle. Oh. Same here. Go to the surveillance cam in front of the security room. Hallo. Hallo Championship. Ein Tier? Ein Tier? Keine Ahnung. Hallo. Doch hat er sich nicht eingemacht. Das ist ein Schuss auf meine Gesichter. Ich weiß die Klauze. Für siem, Macht ist eine Frage der Kraft. Nichtsdestotrotz. Das ist der einzige Weg. Maiko? Ich werde ihn wegschrauben. Sie werden nicht schrauben, nach der Rude Erwachen. Eine Show endet, eine andere beginnt. Nur so gut und nicht vergessen. Verstehst du? Okay, ich mache was ich kann. Er wegschrauben. Well, sie ist kein Parker. Warte. Was ist passiert? Wer ist das? Hallo, V. Ich weiß, dass die Zeit der Hiromi Sato ist. Dieser Merk hat bereits verabschiedet die Klientel bei Clouds einmal. Und jetzt hat er verabschiedet Mr. Sato's private residence. Als ob das nicht genug wäre, das ist wo der Hiromi's sheer incompetence hat alle von uns. Was? Was zur Hölle? Ich habe lange auf den Hiromi Sato's foolish, inept endeavors. Aber das? Ich denke, es ist obvious, dass er seine Vorteil hat. V? Was ist sie denn? Clouds braucht neue Management. Hold on, Maiko. Ich denke, du hast dich verabschiedet. Ich sehe, dass nicht alles wurde verabschiedet. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. So, Tiger. Du bist der Tiger-Klaus-Boss. Du bist aber nicht sehr stark. Wir werden es rausfinden. Ich habe Waffen, die das lösen werden. Und her mit der schönen Waffe hier. Ja. Kann ich Maiko auch eine verpassen? Nö. Du bist sowieso mit dem Alter. Aber du hast nur ein Ding vergessen. Ich habe auch einen Doppel-Kipp. Es bringt ja nicht sehr viel, muss ich sagen. Ja ja. Chill mal, Judy. Gut, Maiko wird uns nicht mehr hintergehen. Dann wollen wir mal. Ach, sie... dann finde ich gut auf zum lud und hier mein slogan werden im spiel ach ich kann ja nirgends rein wie im echten leben zu aufzug wenigstens wird die aufzugsfahrt es gibt hey wieso ist jetzt wieder nacht du hast du sie? oh mein Gott du hast du sie? sorry Judy, ich habe nicht geplant für das zu passieren ich weiß gib mir ein bisschen ich muss meine wut ich äh ich muss alles in peace processen Das klingt gut. Ciao. Hier hatte ich übrigens hinter Gangi Maiko, deswegen war es glaube ich ganz gut so auszuschalten, würde ich mal sagen. Na gut, vielleicht haben wir nicht alles recht gemacht zu Judys Willen. So, Birds with the broken wings. Wait a day for a call from Reed. Das klingt doch gut. Oh, wir haben noch einen Attributpunkt. Wo steckt man den denn rein? Ah, Body und Technical Ability ist voll. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf. Ach, cool ist cool. Können wir hier dann machen. Und nicht so viel. Ein Perkpoint. Wofür nehme ich den? Blocking an Attack gives 10% Stamina plus 30% Damage with Blunt Weapons für 5 Sekunden. Ich wüsste gar nicht, dass ich was blocken kann. 100% oder plus 100% Knockdown Chance with Defensive Attacks. Was sind denn Defensive Attacks? Fly Swatter. Minus 40% Incoming Range Damage when Blocking with Blunt Weapons. Okay, das brauche ich nicht. Auf zur technischen Ability. Ja, dann nehmen wir einfach das. Field Medic. 15% Faster Use of Health Items in Combat. Und jetzt her damit. Wunderbar. So schnell geht das. Na gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.